Sie hören, die Schwestern vom Rosenhof, Klaras Traum, von Heike Fröhling, gelesen von Dagmar Bittner, ein Hörbuch des Argon Verlags. Klara schloss die Augen und lauschte dem Motorengeräusch und den dicken Tropfen, die auf das Autodach prasselten. Kühle wehte durch die Lüftung herein, obwohl es Anfang Juli war. Was für ein Kontrast zu der Hitze in Angola, wo sie gerade herkam. Sie sehnte sich nach der Wolldecke, die sich früher immer im Kofferraum befunden hatte. Aber anstatt nach einem Halt zu fragen, um nachzusehen, ob die Decke noch immer dort lag, rieb sie sich die Gänsehaut von den Unterarmen. Es würde etwas dauern, bis sich ihr Körper akklimatisiert hatte. Luisa, Klaras ein Jahr ältere Schwester, saß am Steuer. Ihr verlobter Anton auf dem Beifahrersitz. Die beiden schienen die feuchte Kühle nicht zu stören, sonst hätte wohl einer von ihnen die Heizung angeschaltet. Doch Klara wollte nicht darum bitten. Die Stimmung war so angespannt, dass sie das Gefühl hatte, jedes falsche Wort könnte zu einem Streit führen, selbst wenn es so etwas Beiläufiges war wie das unterschiedliche Empfinden der Temperatur. So sagte sie stattdessen, danke, dass ihr mich vom Flughafen abgeholt habt. Sie zog den Seesack, der neben ihr lag, auf ihren Schoß und umklammerte ihn. Das war alles, was ihr von der zweijährigen Tour mit ihrer Freundin Jennifer im selbst ausgebauten Van geblieben war. Sie hatten nicht viel gebraucht auf ihrer Reise. Ist doch eine Selbstverständlichkeit. Die Blicke der Schwestern begegneten sich im Rückspiegel. Luisas Lächeln erreichte nur ihre Mundwinkel. Es war mehr ein kurzes Zucken als ein Ausdruck von Freude. In diesem Blickwechsel, der nur einen Sekundenbruchteil gedauert hatte, lag so viel Distanz, dass es schmerzte. Klara konnte schon seit der ersten Begegnung am Flughafen nicht einschätzen, was Luisa empfand. War es Enttäuschung? Trauer? Ihr Leben lang waren Klara und Luisa sich so nah gewesen und hatten sich so ähnlich gesehen, dass sie sich manchmal vorgestellt hatten, sie wären trotz ihres Altersunterschiedes Zwillinge. Dann hatten sie die gleichen Jeans getragen, die gleichen bunten T-Shirts und die gleichen Sandalen. Doch nun hatten sie sich beide optisch verändert. Klara trug seit Monaten nur noch Cargo-Wanderhosen mit verstärkten Knien, nachdem sie auch ihre letzte Jeans bei der Arbeit zerrissen hatte. Dazu einfarbige T-Shirts und Sneakers. Ihre braunen Haare hatte sie sich schon vor über einem Jahr zum Pixie-Cut geschnitten, weil es so kompliziert gewesen war, die langen Haare im Freien zu waschen. Wehmut erfasste Klara, wenn sie dagegen Luisas Haare betrachtete, die über die Schultern gewachsen, perfekt geföhnt und mit hellen Strähnchen versehen waren, sodass sie blond schimmerten. Mit ihrer Bluse, dem mehrlackigen Chiffon-Rock und den Schuhen mit Absätzen wirkte Luisa, die sich noch vor zwei Jahren überwiegend praktisch gekleidet hatte, viel fraulicher. Als Zwillinge würden sie nun gewiss nicht mehr durchgehen. Ein entgegenkommender Laster spritzte den Kleinwagen mit Wasser voll. Vom Fahrtwind gab es einen Stoß, sodass Luisa fast von der Fahrbahn abkam, blind gegenlenken musste und laut fluchte. Doch der Scheibenwischer schob zügig die Sicht frei und die Fahrt verlief nach dem allseitigen Schreck wieder ruhig und langsam. Die Welt schien wie erstarrt, so tief hingen die Regenwolken. Von den Maren, an denen sie vorbeifuhren, war in dem Dunst nichts zu erkennen. Der Blick reichte nicht einmal hundert Meter weit. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich die letzten drei Monate gar nicht gemeldet habe, begann Clara. Es war irre viel Arbeit, die Hütten einzurichten. Abends waren wir dann so fertig, dass gar nichts mehr ging. Und dann in Luanda selbst. Clara schwieg. Darüber wollte sie nicht sprechen. Nicht jetzt und auch nicht später. Es gab Dinge, die waren geschehen, und man musste irgendwie weiterleben. Auch wenn man nicht wusste, wie das möglich sein sollte. Schon gut. Du hast dich so auf die Reise gefreut. Und mir war es auch wichtig, dass du die Zeit genießt. Du hast deine ganze Kraft in die Meisterausbildung gesteckt. Die Reise war wirklich verdient nach dem tollen Abschluss. Wenn du erst deine eigene Schreinerwerkstatt hast, kannst du nicht mehr einfach eine Pause einlegen? Trotz Luisas versöhnlicher Worte klang wieder etwas Unterdrücktes in ihrer Stimme mit. Klang wieder etwas Unterdrücktes in ihrer Stimme mit. Vielen Dank.